Berlin Spandau, Berlin Hauptbahnhof, Berlin Südkorn, Bitterfeld und Halles Aale Hauptbahnhof und wünschen eine angenehme Reise. Hier schon mal ein kleiner Hinweis vorab, die Fahrgäste in der Mitte des Zuges, sprich Wagen 7 und 6. Unser Zug besteht aus 14 Wagen, das heißt es müssen sich nicht alle in der Mitte sammeln. In dem Wagen 1, 2, 3, 4 und 5 sind noch genügend freie Sitzplätze vorhanden. Bitte einmal nur nach hinten durchlaufen, so bekommen auch alle Fahrgäste hier in diesem Zug einen Sitzplatz. Und dann hier entspannen wir uns ohne Ticketkontrolle zu reisen. Empfehlen wir Handy-Ticket-Business an den Komfort-Check-In auf Ihrem Smartphone. Nähere Infos finden Sie auf www.bahn.de-komfort-Check-In. Mein Name ist Michael Schäfer und ich begleite Sie jetzt mit meinem Zugteam bis nach Erfurt, Hauptbahnhof. Meine Damen und Herren, ich bin nach Erfurt, I C2 Air von Central, I am Berlund-Bandau, Berlund Central. Berlund ist die Köln-Sendbitterfett und Halles-Alle Central. Wir wünschen Sie eine blessed Journey. Berlund-Bandau, Ahead, 3, 13.